Freunde, ich denke man kann jetzt offiziell sagen, wir befinden uns im Elban-Arc. Kapitel 1126 verzeichnet zumindest teilweise eine Ankunft der Strohutpiraten und ist damit der Beginn eines neuen Abschnittes. Die reinen Spoiler rund um Blackbeard und Shanks waren schon richtig cool, jetzt aber wo man deutlich mehr gesehen hat, wirkt dieser 2-Tages-Timeskip und damit der Verbleib der Strohhüte deutlich interessanter. Wir nehmen jetzt aber nicht allzu viel vorne weg, ich freue mich schon richtig auf diese Nachbesprechung. Also Freunde, damit ihr auch weiterhin One Piece technisch auf den Laufenden bleibt, vergesst euch einen Abon und Like da zu lassen und ich wünsche euch viel Spaß beim Watch. Der Übersetzung nach trägt das Kapitel den Namen Compensation. Also zu Deutsch Entschädigung, was so ein kleiner Unterschied ist zu dem, was in den Spoilern statt. Leucht zwar so ungefähr Pima Daumen auf das gleiche hinaus, in den ersten Spoilern hieß es trotzdem Payback. Was aber vom Sinn und Kontext gleich geblieben ist, ist die Cover-Story. Yamato ist an einem Soba-Shop und bekommt von einer Mitarbeiterin mit, dass ihre Kolleginnen einfach verschwunden sind. Man merkt also, diese Entführungs-Story, die in den letzten Kapiteln so ein wenig angeteast und gezeigt wurde, kommt so langsam zusammen. Wirklich schwierig zu predikten, in welche Richtung das vielleicht gehen könnte. Im letzten Video, also im Spoiler-Talk, habe ich zum Beispiel auch gesagt, dass es theoretisch auch ziemlich gut ein Missverständnis sein könnte. Wäre jetzt nicht das erste Mal, dass so ein Peace-Charakter irgendwie etwas merkwürdig handeln oder so. Auf der anderen Seite, wenn sich Oda entschieden hat, daraus wirklich einen dicken Plot zu stricken, bin ich selbstverständlich der Erste, der es richtig cool findet. Aber irgendwie kann ich mir maximal nur irgendwelche Schergen von Orochi vorstellen, oder wenn man von Kaidos Seite ausgeht, dann irgendwelche Gifter, Headliner oder Flying Six-Mitglieder. Alles jetzt nicht unbedingt das Gelbe von Ai, aber naja, mal schauen, was Oda daraus strickt. Kommen wir also auch gleich zum Eingemachten, zum richtigen Kapitel. Es fängt bei den Schrohüten an, wie sie von Eumon Krasi erklärt bekommen, wie es dazu gekommen ist, dass sie jetzt mit Boogie und Woogie vereint sind. Es ist so, sie sind nach Lil' Garden gereist und haben Boogie und Woogie dort gefunden, wie sie, wie wir auch alle wissen, mittlerweile nur noch mit ihren Fäusten kämpfen. Schwert und Axt haben sie ja damals jeweils verloren, als sie diesen großen Kombi-Angriff gestartet haben. Also haben Eumon Krasi bei ihrer Ankunft sie dazu überredet, nach Elbern zurückzukehren, um dort wieder neue Waffen zu holen. Das bedeutet ganz offiziell, der Kampf ist immer noch nicht vorbei und er bleibt ein Leben-oder-Tot-Szenario. Funny ist es natürlich, dass es Nami nicht so ganz fassen kann, dass sie immer noch gegeneinander kämpfen. Das sehen Raffi und Lysop halt komplett anders, weil sie eben mit diesem Elbern-Riesen-Wikinger-Ding richtig mitweiden können. Insgesamt ist die Szenerie so eine Art Nachholfeier für Egghead. Sie feiern damit ihre Erfolge, als auch die Reunion. Raffi befindet sich sogar teilweise in seiner Sonnengott-Nika-Pose mit einer Keule in der Hand. Auch sehr interessant. Kuma reagiert auf Bonnie. Er kann zwar nicht so richtig mit ihr interagieren, aber er lächelt sie an. Man könnte sagen, sie haben so einen kleinen Vater-Tochter-Moment. Ich finde es ehrlich gesagt richtig cool, dass sich Oda dazu entschieden hat, zumindest anscheinend, Kumas Reise nicht zu beenden, sondern erst jetzt richtig anfangen zu lassen. Sein größter Nemesis, der jemals gelebt hat, Saturn, ist letztes Kapitel gestorben. Und auch wenn es nicht der Nummer 1 Punkt ist, den Kuma bestimmt für sich selber gewollt hätte, ist das schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, was seine Lebensqualität auf lange Sicht verbessern wird. An dieser Stelle bekommen wir auch einen kleinen Cut. Wir sehen, was mit Bartholomeo und Shanks passiert ist. Und ehrlich, auch wenn ich es mir ausdrücklich eben nicht gewünscht habe, haben wir das Ganze trotzdem sehr stark offscreen bekommen. Finde ich ehrlich gesagt einfach schade, weil ich wirklich sehen wollte, wie Bartholomeos Barriere von Shanks zerstört wird. Das macht die restliche Passage des Kapitels nicht weniger gut oder so. Und vielleicht wird es auch der Anime adaptieren. Ich hätte es trotzdem wirklich gerne gehabt, dass uns Oda zumindest diesen kleinen Leckerbissen zuwirft. Aber egal. Bartholomeo hat auf jeden Fall die Ehrenmann-Aktion überhaupt gebracht. Und als Shanks ihm angeboten hat, sein Leben zu verschonen, dafür, dass Seraphie mit einem von ihm ausgewählten Gift vergiftet, hat sich Bartholomeo dazu entschlossen, das Gift selber auszutrinken. So ziemlich, jeder Fan hat damit gerechnet, dass das Gift Fake war, was es auch am Ende des Tages war. Und Shanks war eigentlich nur glücklich, dass Raffie so gute Leute unter sich hat. Er hat auch Bartholomeo laufen lassen, aber jetzt kommt der Punkt, wie Yassup so schön gesagt hat, Business is Business. Man kann sie nicht ziehen lassen. Also hat Yassup sein Gewehr geladen und ne Haki-Kugel auf ihr Schiff geschossen. Wie in den Spoilern schon gesagt, keine Ahnung, woraus sein Haki oder seine Kugeln gemacht sind, aber das hat das Schiff halt komplett zerfetzt. Eine gewaltige Explosion über den Horizont, was das Schiff komplett geschreddert hat. Damit ist offiziell, auch wenn es mehr oder weniger so ein kleiner Joke ist, das Schicksal von Bartholomeo und seinen Leuten unbekannt. Ja, sind wir ehrlich, sie werden sich schon irgendwie aufrappeln können, aber im Grunde war das großes Karma für Bartholomeo, weil er Shanks augenscheinlich naiv genannt hat. Bei dem Wortlaut naiv wäre ich aber trotzdem ein wenig vorsichtig, also da würde ich lieber gerne etwas auf die richtige, offizielle Übersetzung warten. Auf Blackbeard Seite gibt es aber auch noch einiges zu sehen. Ich habe ja schon erzählt gehabt, dass Avalo Pizarro auf den Deckel bekommt, aber Oda hat das sogar richtig bildlich dargestellt. Pizarro befindet sich in seiner Inselform, Blackbeard packt ihn an seinen Barthand, tritt auf sein Gesicht und droht ihm sogar mit einer Pistole. Er ist mehr oder weniger größtenteils dafür verantwortlich, dass Korbi als auch Gekko Moria geflohen sind. Er versucht sich aber trotzdem etwas damit zu retten, weil sie ja mit Garb ganz offiziell den besseren Fang gemacht haben. Die Lorbeeren bekommt aber auch selbstverständlich Cousin dafür, obwohl er nach seinem eigenen Wortlaut sowieso versucht hat, eigentlich Garb umzubringen. Damit es Garb ganz offiziell am Leben. Obwohl es manche Fans gedacht haben, dass er vielleicht doch gestorben ist, befindet er sich bandagiert in Ketten, irgendwo in einem sehr dunklen Raum auf Beehive. Ansonsten machen die Blackbeard Piraten bei ihren Meetings wie immer so ein wenig Party und lustigerweise hat sich Blackbeard Pudding sogar richtig gekrallt. Außerdem, was man seit einer längeren Zeit nicht gesehen hat, es gibt ein Telefonat zu Raffit. Er befindet sich nämlich gerade bei Umids Hauptquartier. Umid war auf Big Mops D-Party schon zu sehen und ist sowas wie der König der Unterwelt. Im Grunde ist er Geschäftsmann und Spediteur, wahrscheinlich sogar der größte der Welt. Raffit wurde aber dorthin hingeschickt wegen irgendwelchen Vorbereitungen. Sehr schwierig zu sagen, in welche Richtungen das alles gehen könnte mit den Vorbereitungen. Es wundert mich im Grunde genommen nicht. Bei Blackbeard kommt ja mittlerweile so einiges zusammen, deswegen klar, dass er auch irgendwann mal auf der Schwarzmarktebene handeln muss. Ansonsten unterhalten sich Blackbeard und Raffit nochmal ein wenig über Mary Joa, in welcher schlechten Lage sie sich befinden, weil ja die Revolutionäre ihre Versorgungsketten abgekappt haben. Zu guter Letzt kommen aber auch nochmal Katharina Devon, Van Oga und Karibu an. Sie werden direkt von Avalo Pizarro mit seiner großen Inselhand in den Meetingsraum befördert und es ist damit eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Blackbeard tatsächlich extrem krasse Informationen über antike Waffen in die Finger bekommt. Mal aber schauen, was daraus passiert. Ob er sich zum Beispiel wirklich auf eigene Faust dazu entscheidet, die gesamte Fischmenscheninsel zu raiden, nur um an Shirahoshi ranzukommen. Kommen wir aber zu guter Letzt zu einem sehr großen Mysterium und zwar wie gesagt zu diesem 2-Tages-Timeskip. Die Schrotpiraten haben sich irgendwie abgekapselt. Die, die auf der Sunny waren, sind jetzt verschwunden, zusammen mit dem Schiff. Raffi, Zorro, Nami, Lissop, Sanji und Chopper sind damit alle weg. Robin zum Beispiel spekuliert sogar mit dem Allerschlimmsten, dass sie vielleicht ein großer Fisch gefressen hat. Was aber glücklicherweise zumindest nicht so ganz stimmen kann, weil wir Nami auf der letzten Seite sehen können. Sie wacht in einem Lego-ähnlichen Bausteinhaus auf. Mit Wikingerkleidung und sie wird von einer mysteriösen Stimme aus der Dunkelheit gerufen. Es könnte vielleicht einer der verschaudenen Strohüte sein, wie zum Beispiel auch Raffi. Auf der anderen Seite könnte es nochmal in die Richtung gehen, dass Nami persönlich ausgewählt und selektiert wurde. Es ist relativ offensichtlich so gehalten, als ob es ein Spielzeughaus ist von einem Elbernriesen. Es könnte also vielleicht der kleine Junge sein, der mit Shanks mitsegeln wollte. Auf der anderen Seite als Worst-Case-Szenario vielleicht jemand wie Prinz Loki. Er wirkt nicht unbedingt wie die strahlendste Persönlichkeit, was vielleicht auch seinem Namen geschuldet ist. Und er ist, wie bestimmt jetzt mittlerweile auch jeder weiß, der Ex-Verlobte von Lola. Weil er auch den Titel eines Prinzen hat, wird er auch sehr wahrscheinlich eine der wichtigsten Personen in diesem Elbern-Arc auch sein. Die Frage ist eben nur, wie wird er sich positionieren und wie wird seine Rolle aussehen? Ist er jetzt wirklich in Anführungszeichen böse und versucht er jetzt einer Frau sich aufzuzwingen? Vielleicht wird er aber auch zur liebsten Person gemacht, die es jemals gab. Genauso gut könnte auch Namis Aufwachen in einem Spielzeugschloss nichts Böses sein, sondern vielleicht auch einfach eine kleine Geste, gerade auch wenn sie vielleicht mit den restlichen Strohhüten irgendwie schiffsbrüchig geworden ist und an die Küste von Elbern angespült wurde. Nichtsdestotrotz trotzdem etwas merkwürdig, dass sie von irgendwem umgezogen wurde. Aber ja, damit haben wir mehr oder weniger offiziell den Eintritt in den Elbern-Arc geschafft. Nächste Woche gibt es anscheinend auch keine Pause-Chapter-mäßig und auch wenn es vielleicht nicht direkt weitergeht mit dem Elbern-Geschehen, glaube ich, dass wir vielleicht noch einen weiteren kleinen Schwenker bekommen durch die Welt. Aber damit war es das auch schon von meinem Gerede, Freunde. Jetzt seid ihr an der Reihe und ich bin gespannt, wie eure Meinung zu diesem Kapitel, als auch zu dem Beginn von Elbern aussieht. Meint ihr, Loki wird ein großer Antagonist oder eher ein Freund der Strohhüte? Und in welche Richtung wird dieser Ark jetzt gehen? Lasst mir eure Gedanken, wie gesagt, sehr gerne unten in den Kommentaren da. Ich lese mir das alles, wie immer, nur sehr gerne durch. Das war es aber auch vom Video. Wenn euch so ein Peace-Content gefällt, vergesst sich ein Abo dazulassen. Auch hier über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!